meditationspunkt erinnert dich das ja auch an seffa ja erinnert mich tatsächlich dann pfeifende abhang keine chance es ist zu wendig ja kann man so sorgen alter ok dann müssen wir uns was einfallen lassen und durch hast du sowas schon mal gehört fast wie musik ja cool ist der winter vorne weg doch das nur noch da unten das heißt nicht da hinspringen sondern wieder zurück und dann können wir rüber bitte speichern und weiter kann losgehen was soll das schatten in etwa ein trifft was gegen er die 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 sie haben auf ein shuttle gewartet das kann man so noch mehr gucken ob wir noch einen irgendwo einsetzen können ich glaube ja nicht müssen alle zwei fähigkeitspunkte sein alle fliegende ausfall was ist das hier nicht halte ich so um die distanz zu den gegner mit einem gesprungenen vorstoß zu überwinden ja geil so habe ich das nicht einpacken sehr gut okay also da geht es runter und hier geht es nicht weiter ich muss mir irgendwas einfallen lassen dass sie das zum klettern für später anscheinend gut gehen wir erst mal runter da war doch was zum klettern wenn ich rüberspringen bin ich weg ach guck mal ganz schön windig hier was für pilger kommen überhaupt so weit raus stell dir vor diese stürme zu durchqueren nur um einen sicheren ort zu finden ja eine zuflucht ist wohl unbezahlbar ja wohin ah ja runter baron sagte das wäre der weg zu einem hintereingang oder hoffentlich findet sie einen anderen weg für diese flüchtlinge sie haben genug durchgemacht easy so nächste flöte das sollte uns ein wenig deckung verschaffen warum kann ich darüber was ist da das ist wieder so ein komischer fels ne so aber sonst nix ich bin jetzt hier hoch bekommen da ist eine abkürzung da komme ich aber nicht hin wenn ich da rüber gehe ja komm also irgendwas muss hier möglich sein aber im moment noch nicht kann ich hier irgendwie ne 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 das hier nämlich nicht mehr so schnell quasi gar nicht mehr alles sicher jetzt kann ich darüber alter ist so viel zu weit schade sah so gut aus wir müssen weiterlaufen Jawoll. So, ich war fast da runtergekommen. Oh, da liegt was. Muss ich haben. Schießt. Bitte. Weil wir noch nicht so aufgefallen sind wie die anderen. Oder wie die andere. Was sind da hinten? Glützter, Bremster. Ah. Die Brücke. So, dann haben wir hier eine Abkürzung. Ja. Definitiv Merens Werk. Ja. Nee. Die Brücke. Die Brücke. Hörst du auf? Ah. Perfekter Ort, um das zu verstecken. Lauf der Wiedergutmachung. Was denn? Was ist BD? Ah, hier. Ja? Zeig mal her. Ah. Den Officer wollte das gerne. Ich mag so rumklettern. Ist so ziemlich der einzige Grund, warum ich die ganzen Tomb Raider Spiele gespielt habe. Also alle. Ah, jetzt kann man da höher. Ja. Ja, da komme ich jetzt aber hin. Also kann ich da wieder runter. Na das sind nicht mal eine Abkürzung. Was, was, was? Schreite voran, Reisender. Tritt ein. Eintreten. Wo rein? Hier rein. Oder hier rein. Schrauben gemacht. Ist das zum Klettern oder zum? Ahja. Zum Rennen. Und dann. Du-dum. Muss ich da wieder aufmachen? Ne. das wäre aber ein perfektes versteck gewesen für eine tube speichern grab von urma mit wasserfall okay dann treten wir mal ein sagt das irgendwas über den pfad aus ruhe reflexion führung schreite voran reisender ermutigend es zu einfach nicht auf noch nichts das riecht nur ärger das imperium hat neues spielzeug mitgebracht was bd willst du scannen? ja Die brauche ich bei dem Holo-Brettspiel. Ah ja. Muss ich da hochjumpen. Ansonst. Die kann ich auch hoch, oder? Nein. Und hier schon mal gar nicht, ist klar. Guck mal, da ist eine Stange. Dazu muss ich hier über die Brücke. Okay. Sonst noch was auf dieser Seite? Okay, dann hoch. Okay. 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 Das sind mal die Knöpfe. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Genau. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wenn ich jetzt runtergehe, bringt mir das doch nichts. Aber hoch kann ich ja nicht, ne? Naja. So auch nicht. Auf der anderen Seite, oder auf beiden Seiten, sind Gestänge, die aber auch nichts bringen. Aber eine Kiste. Das sind auch Gestänge. Weil ich schaffe das ja im Leben nicht, an diese Stange da zu hüpfen, oder? Komm, wir probieren's. Komm, wir gehen jetzt mal runter. Oh, der Wind weht uns bestimmter. Na, es geht. Ah, guck mal her. Kratzspuren. So, bevor ich jetzt hier rumspringen, die Lage checken. Ne, 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 krabbel mal rüber. Mach da nicht. Okay. Okay. Erstmal hier. So. Blöden Wind. Wo ist die Kiste? Da ist sie. Jetzt haben wir noch den Knauf der Gerechtigkeit. Was ist das für ein Wetter hier? Wir scheinen näher zu kommen. Ich glaube auch. Oh, verdammt. Das ist das Ding, was wir vorhin gesehen haben. Oder? Gibt es noch einen Weg nach oben? Das sieht nicht so aus. Ach du Scheiße. Okay. Oh. Oh. Geil. Das war heute ein perfekter Windstoß. Ey. Wollier von mir. So. Ich wollte sie noch mal kurz gucken. Mhm. Ne. Das ist nicht das von vorhin. Das ist was anderes. Ja. Ich krieg noch was. Ich muss sie noch mal kurz gucken. Oh. Oh. Maren hält uns den Rücken frei, Kumpel. Ah. Schmeckt so gut aus der Mischeltasse. Checkt den Job. Wo ist unsere Fähre? Wir müssen verschwinden, bevor die Ausgrabung den Teppel erreicht. Sie schicken nur rein. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen, wenn Sie das große Geschütz ausprobieren. Wenn Sie das große Geschütz ausprobieren. Was habt ihr denn für ein Geschütz? Oh. Da ist eine Kiste. Okay. Na. Können wir uns mal einen Flammenwerfer machen, ne? Hey. 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 Du was. Tschüss. Na dann. Ah. Hier wieder. Flöte. Aber. Erstmal die Kiste. Oh nein. Starker Wind. Okay. Das verschafft uns etwas Schwung. Aber nicht um da hinzukommen. Da hinzukommen. Aber etwas ist gut, ja. Das war viel Schwung. Aber cool gemacht. Arbeit weiter deckt. Ah. Das ist das. Das ist nur ein Eckeswert. Ah. Das ist nur ein Eckeswert. Das ist nur ein Eckeswert. Anscheinend gleich lang Windspiel arbeitslos gemacht. Sollen wir es riskieren? Ich glaube, wir gehen erstmal da runter. Ja, explodier. Sollen wir es? Komm doch, komm doch. Ich kann doch... Was war das denn? Nein. Glocken. Die lassen einen all die Knochenhaufen beinahe vergessen. Was steht hier? Suche nicht den Pfad. Kehre in die Stille zurück, Reisender, und der Weg offenbart sich. Untertitelung des ZDF, 2020